Freunde, die Gerüchteküche hat gestern nochmal Vollgas gegeben und heute wollen wir mal darüber sprechen. Zum einen geht es darum, ob Marius Wolf und Jan Niklas Beste zu Eintracht Frankfurt wechseln könnten. Der FC Bayern München steht laut Berichten der Sportbit Sky und Fabrizio Romano vor einem Transfer von Hiroki Ito vom VfB Stuttgart. Da sieht es wohl so aus, dass der Rekordmeister die Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro ziehen wird. Und Zero Girassi hat sich erstmals selbst zu einem möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund geäußert. Das die Themen in diesem Video und in dem Sinne gehen wir rein und fangen mit Eintracht Frankfurt an. Hier berichtet eben die Bild, dass man wohl zwei Spieler im Fokus hat. Einer davon ist Jan Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim, der den Verein wohl ab einer Ablöse in Höhe von 10 Millionen Euro verlassen darf. Zumindest berichten das die Medien so. Er selbst soll auch ganz klar daran interessiert sein, innerhalb der Bundesliga zu wechseln. Es gibt ja unter anderem auch Interesse von Asrum und Besiktas Istanbul und jetzt eben auch Eintracht Frankfurt. Und tatsächlich finde ich, rein von der Qualität würde Beste ganz gut zu Eintracht Frankfurt passen. Beste gehört zu den besten Flankengebern der abgelaufenen Bundesligasaison. Und er ist doch jemand, wo ich sagen würde, er spielte den Ball wirklich zwischen die Augen. Für mich ein ganz spannender Kandidat für die linke Außenbahn bei Eintracht Frankfurt. Ja, in Heidenheim spielt er hauptsächlich den linken Flügel. Er kann aber auch als Schienenspieler oder sogar Linksverteidiger eingesetzt werden. Gut, Linksverteidiger war jetzt schon länger nicht mehr der Fall, hat er aber auch mal gespielt. Und wie gesagt, von seinen Qualitäten her kann er gut den Schienenspieler machen. Er ist schnell, ist kein lauffauler Spieler, kann dazu eben auch richtig gute Flanken bringen. Ist auch jemand, von dem man erwarten kann, dass er sich wirklich reinhängt. Und für mich könnte er auch tatsächlich ein Upgrade zu Nils Nkunku und Philipp Max darstellen. Außerdem ist es ja auch so, dass Dino Topmüller ja am liebsten mit einer Viererkette spielen würde. Das versucht er ja zumindest immer mal wieder zu implementieren. Und in dem Fall wäre Beste dann natürlich auch eine sehr, sehr gute Option für den linken Flügel. Und einfach auch generell eine gute Alternative, wenn man bedenkt, dass man ja auch international weit kommen möchte. Und entsprechend braucht man auch einen qualitativ hochwertigen Kader, der eine gute Doppelbesetzung mitbringt. Spannend wird es dann halt je nachdem sein, wie es mit den anderen Spielern auf der Position weitergeht. Denn Frankfurt hat nun mal auch einen sehr großen Kader. Und dann denke ich schon, müsste im Gegenzug dann einer den Verein verlassen. Bei Marius Wolf sieht es so aus, dass dieser gerade ablösefrei auf dem Markt ist. Hat er damals auch schon bei Eintracht Frankfurt gespielt. Und ist dann später, wir erinnern uns, oder der ein oder andere erinnert sich, sagen wir es so, für 5 Millionen Euro zu Borussia Dortmund gewechselt. Hat dort viel Erfahrung sammeln können. Ist zeitweise sogar mal kurz zum Nationalspieler aufgestiegen. Und wenn er eins kann, dann gute kämpferische Leistungen abliefern. Ich denke, das kann Marius Wolf niemand absprechen. Was die Qualität angeht, bin ich wiederum ein bisschen skeptisch. Da war er meiner Meinung nach für den BVB viel zu schlecht für die Ansprüche. Bei Eintracht Frankfurt, da könnte es schon eher passen. Aber selbst da empfinde ich Marius Wolf jetzt nicht unbedingt als die Verstärkung. Je nachdem, welches System man spielt, hat man gerade in der Offensive einfach Spieler mit viel mehr Qualität und auch viel mehr Talent. Als Rechtsverteidiger sehe ich ihn insgesamt nicht stabil genug. Schienenspieler, da sehe ich Marius Wolf vielleicht noch am ehesten. Aber da sehe ich dann einen Ibimbe deutlich vorne. Und auch Buta ist da jetzt nicht wirklich schlechter. Außerdem ist Wolf auch schon 29 Jahre alt. Ja, das Einzige, was hier für mich für einen möglichen Wechsel spricht, ist die Tatsache, dass er gerade ablösefrei auf dem Markt ist. Und entsprechend hätte man hier bei einer Verpflichtung kein großes Risiko. Jetzt kann man natürlich dagegen halten, beim BVB hat er mehr verdient, als er bei Eintracht bekommen würde. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, es wird kaum einen Interessenten geben, der Wolf ähnlich gut bezahlt, wie es der BVB getan hat. Und mal ab davon schätze ich Wolf als Menschen auch nicht so ein, dass er hauptsächlich darauf schaut. Ich glaube, wenn er nochmal bei einem Verein spielen kann, wo er eine echte Chance bekommt, nochmal ein bisschen international zu spielen, dann ist er dafür auch bereit, auf Geld zu verzichten. Wäre jetzt zumindest meine Prognose in der Richtung. Ob es dann am Ende Eintracht Frankfurt wird, das steht auf einem anderen Blatt. Ich denke, von den beiden Namen, die die Bild hier ins Spiel bringt, ist eigentlich nur Beste interessant. Und selbst da muss man dann, wie gesagt, so ein bisschen auf die Kaderbreite schauen. Und ich habe ja auch vergessen zu erwähnen, dass es unter anderem ja auch noch einen Ansgar Knauf gibt, der ebenfalls auf beiden Offensiv-Außen- und Schienen-Positionen spielen kann. Von daher ist man an der Stelle gerade alles andere als unterbesetzt. Nichtsdestotrotz, mein Fazit, Beste interessant, Wolf sehe ich bei Frankfurt eher weniger. Ein kleines Update gibt es übrigens auch zu Zeru Girassi. Und zwar hat dieser sich jetzt öffentlich gegenüber Sky geäußert, was einen Wechsel angeht. Denn Sky hat gefragt, ob er sich einen Wechsel zu Borussia Dortmund vorstellen kann. Und da hat er gesagt, auf jeden Fall. Es ist ein sehr großer Klub, aber es ist nichts fortgeschritten. Ich bin immer noch unter Vertrag beim VfB. Wie es aussieht, wann er eine Entscheidung trifft, dazu sagt er, ich weiß es nicht. Ich war bei der Nationalmannschaft, jetzt ist es Zeit für Urlaub. Wir werden in ein paar Wochen wissen, was passieren wird. Und das klingt für die Dortmunder jetzt an sich gar nicht mal so schlecht. Beim BVB steht er ja ganz hoch im Kurs. Die Verantwortlichen wollen ihn unbedingt verpflichten, sind auch bereit, ihnen ein hohes Jahresgehalt von 8 Millionen Euro anzubieten. Wo er mehr als das Doppelte beim VfB Stuttgart verdienen würde. Auf der anderen Seite sind natürlich noch andere Top-Klubs an Girassi dran. Das wissen wir natürlich auch. Das sind natürlich auch Optionen, die er sich ja selbstverständlich noch offen hält. Klar ist aber auch, es gab ja immer wieder einige, die den BVB eher als Außenseiter hier gesehen haben. Aber seine Aussage gegenüber Sky werte ich dann doch schon als sehr positiv bezüglich des BVB. Auch haben sich zuletzt immer mehr Berichte gehäuft, dass ein Wechsel innerhalb der Bundesliga sehr wohl eine Option ist. Und das hat er ja damit jetzt auch bestätigt. Spannend wird halt sein, ob das Ganze jetzt wirklich noch ein paar Wochen dauert oder ob er sich doch schneller entscheiden wird. Aber das wird sich zeigen. Und jetzt kommen wir zu einem Wechsel, der so gut wie durch ist, zumindest Standaufnahme. Wie die Medien übereinstimmend berichten, wird der FC Bayern München überraschend die Klausel von Hiroki Ito vom VfB Stuttgart ziehen. 30 Millionen Euro wird er kosten. Im Grunde genommen muss er nur noch seine Unterschrift unter dem Vertrag setzen und dann ist das Ganze auch durch. Für mich kommt das Ganze wirklich sehr überraschend. Alleine deswegen, weil es ja in den Berichten immer nur um Jonathan Tah ging. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Gut möglich, dass die Bayern in der Abwehr einen Umbruch vollziehen. Einfach auch deswegen, weil man in den vergangenen Jahren viel zu viele Gegentore kassiert hat. Da muss man sich wirklich verbessern und bei der Entwicklung, die Ito beim VfB genommen hat, ist er auf jeden Fall jemand, der den Bayern zumindest mal in der Breite weiterhelfen kann. Und für den VfB empfinde ich den Deal auch als sehr gut. Klar, man verliert einen wichtigen Spieler in der Abwehr. Aber wenn man bedenkt, dass 2022 nur 400.000 Euro an Ablöse gezahlt wurden und man jetzt 30 Millionen kassiert, dann ist das aus finanzieller Sicht ein echt starker Gewinn für den VfB. Auf der anderen Seite frage ich mich jetzt natürlich, sollte es so sein, dass Jonathan Tah zusätzlich kommen soll? Wer dann im Gegenzug die Bayern verlässt? Angeblich steht auf der Streichliste Matthijs Delicht. Upamecano ist der Spieler, den Kompany unbedingt behalten möchte. Eric Dier hat ja eigentlich auch sehr stabil bei den Bayern gespielt. Den würde ich jetzt auch nicht unbedingt abgeben. Da kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht auch Min Jae Kim jemand ist, der die Bayern bei entsprechenden Angebot verlassen darf. Aber das ist jetzt erstmal ganz viel Was-wäre-wenn. Für mich macht das Ganze zumindest mal in der Hinsicht Sinn, dass man in der Abwehr eben wieder einen anderen Weg einschlägt. Man holt einen Spieler, der was das Gehalt angeht, definitiv nicht zu den Topverdienern aufsteigen wird. Und es würde mich auch nicht überraschen, wenn der Plan hier am Ende beim FC Bayern auch vorsieht, die Gehaltsstruktur im Verein runterzuschrauben. Denn man hat einfach viel zu viele Spieler, die extrem hoch dotierte Verträge haben. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass man sich versuchen wird von dem einen oder anderen zu trennen. Aber gut, bei all dem werde ich euch selbstverständlich wie immer weiter auf dem Laufenden halten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann wisst ihr was zu tun ist. Ansonsten habe ich euch wie immer mein neuestes Video in der Endcard verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Und in dem Sinne Freunde, ihr wisst Bescheid, macht es wie immer besser und bleibt am Ball.